Insgesamt haben wir einen kleinen Rückgang bei den Studierendenzahlen zu verzeichnen, aber dramatisch würde ich das nicht einschätzen. Interessanter ist es tatsächlich zu schauen, ob wir diesen Studierenden, die ja unter sehr schwierigen Bedingungen hier anfangen, ein solches Umfeld schaffen können, dass sie trotzdem ihr Studium auch erfolgreich beenden können.